Was kommt ihr Junge, der spricht? Das war mein Handy, ihr seid bei den Amis, ja? Oder Deutsch? Ami, Deutsch Deutsch Deutschland? C Welches Squad? Das ist ganz unten Negat oder Mike? Muss mal gucken, wo wir drin sind, ich weiß jetzt grad nicht Negat, bleib zurück Ficker Jetzt zurück Was soll ich nehmen? Was am nächsten Mal? Irgendwas, ja frag den mal Was gebraucht wird Was braucht ihr noch im Squad für eine Einheit? Ich glaub Jonas hat auch einen weißen Bug Hast du C gedrückt? Hab ich Was hat er gesagt? Verstanden, er hat kurz gelangt, musst den Flak wiederholen Ich soll wiederholen Du musst den Flak auf dem Ich hab noch nicht bestanden Ich hab noch nicht bestanden Geh dir holen, bitte Kommt nix, der Mario Ja, nimm einfach was Munition droppen kann Ich hab nur noch das Sult, Support haben wir ja schon Aber Sult kann nicht droppen Rifleman kann aber glaub ich droppen, oder? Rifleman? Ja, klar Ja, der hat das nicht gehört, da nehm ich rifleman, da kann ich mich nicht droppen, ja man Aber der Du hast es, dass ich über keinen Weiß brauche Dann deploy ich mal hier auf F5 Du siehst ja, wo wir hinlaufen Ja, ich seh euch Ihr seid da Richtung am Scheideweg Da Auf F4 seid ihr aktuell Oh, du kannst hier spawnen, er hat ein Spawn gebaut Ja, ich hab's gesehen Links, links von uns, links Oah, Jesus Oah, Ost, Osten Oah, Eiße Oah, Eiße Oof, Süd, Oah Jetzt hab ich auch Süd-Ost Auf dem Feld Gegenerkontakt Leg dich hin, Yolas Übrigter Hinter dir, hinter dir Osten, Süd-Ost, die Gegenerkontakt Alles, weil ich noch kein Tee getrunken habe Schützentee Ich Komm mit, Jonas Er läuft, Alter Töte ihn Ihr seid aber, glaube ich, am Weg zum Campen So unbeeitrückt am weitergehen Oh, es hat mich Bernd läuft lieber unten lang Hast du das auch, warum? Wegen dem Kugelhagel Aber die sind alle jetzt bei Rüdeler Ja Ja, wir gehen jetzt einfach da hoch Was über dem Weg läuft, holz rein Hast du da rechts rum über den Weg? Ja, dann gehen wir rechts über den Weg Denk dran, ich bin wie der Taube aus Black Hawk Down Achtung, Beschuss Maschinengewehr direkt daneben abgefeiert Was ist da rechts, Bernd? Doch, wenn es zu wissen, es hat markiert Kontakt Tuck Hehe Du bist wieder Ach, Schlaf, wie weit sei denn der Bucke da? Oh doch, Raketenwerfer Keine Ahnung Schuss? Schuss da vorne Ja, die haben unseren Sniper hier vorne gekillt Ich weiß nicht, ob ich da langlaufen würde Ich auch nicht Ah Ah, ganz da hinten Jetzt an dieser Ruine Und gaanz hinten auf dem Weg Einsicht Ja Ja Lass es noch weiter rum laufen Ja Wer hat den Spotter abgeknallt Schauen wir noch hier hinten um die Heck? Ja, wo sind sie dabei? Soll es ein Move, Marker Ich laufe hier hinten rum Oh, die Folge Hier in dem Schuppen sind die Ja, laufe da hinten Ich sag mal, es fällt ein bisschen im Auge Die klingen Als wären die da auf dem Hof Da Bei der Scheune sind sie da Ja, wenn ihr da hochgeht auf der linken Seite Hinter dem Holzverschlag ist einer Ja Ja, holen Habe ein Mit Toren Wir sollen woanders spawnen, ey Passbar gehen Ja, der Wiederholkampf Ich glaub wir sollen in den Angriff auch sagen Ja, mach ich ja Auf dem Scheideweg Das Und D5 aus Dass X dann scheiden wird Geh ich auch mal stark davon aus Kann die Map hier ehrlich gesagt nicht mehr sehen Ich bin froh, wenn gleich mal ne Anleitung kommt Oh ja Echt Ich wär vorbelastet davon Oh ja Oh ja Oh ja, ich hab meinen Sniper Ja Ja Ich hab wieder auf dem Bock gemacht Hau drauf Ja Sorry Hau drauf Fenix Genau Da war's direkt so nach oben links Ja Ja Letzens lief Zurück in die Zukunft Erster Teil Wenn er sagt Geben sie mir eine Cola light Er sagt Eine leichte Cola Ja genau Und dann eine Pepsi Ohne Ohne zu bezahlen Das ist lustig der Film Da fickt der Ficker mit uns im Außenposten rum Geht's rüber Geht's rüber Geht's rüber Geht's rüber Bitte weit Ach Nicht schießen, wenn du nichts tödlich treffen kannst Kann ich nicht, ist's zu weit Keine Chance Oh, rechts von uns Könnte auch mit Balls Feuer sein, also Windgänger Jetzt ist es vorbei Bei ihm, okay Da, auf Marker Gut auf Marker Wenn der mal nicht gesessen hat Was soll ich schon? Auf Marker Ja, ich bin auf dem Weg Verbind dich bitte selber, ich habe einen ziemlich gut im Visier Ja, danke Ehrlich gesagt, bin ich hier nicht liegen, klar Okay, jetzt bin ich am Flugzeug Ich muss ihn lassen, er geht schön vorbeglich vor als Kommandant hier Ja Schön ruhig jetzt, vorsichtig Granaten Da ist er Da ist er Das ist was zur Geschichte Die sind im Graben Cool, ich darf schon mal Ich habe es gemerkt Ich habe es gemerkt Wo ist es gut? Die Kurser Die Schilder Und ... Ich habe es gemerkt Ja, bleib da Einzige Überlebende hier Du Bleib mal da, bleib mal da, dann möchte ich mich überwinden, bleibst du gleich Komm, ich kenne die Hände, das ist eine Krülle tragen Knapp Mir fasst die Nägel geschnitten Geht ab dem Graben Knapp 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 Das war so ein Ficker, ich hatte das Manöver, gerade mit dem Alter, das war's Aber den haben wir hier schon gebrochen Sie werden da irgendein Medico holen Ja, dann läuft ein Matic-Boo Ah ja, er darf die Distanz entmischliessen Alter, hier geht's nacken Das ist halt voll der... voll der Videopater Da muss man gleich mal Granaten so gleich sprengen Am Baum hab ich einen erwischt, pass auf und am HLKW Wenn du Granaten hast, schmeiß die mal Richtung HLKW Bleib unten Am Baum, gegenüber von der Straße taucht der Mama wieder einmal auf Leg dich am besten hin Guck mal da, hier ist das Ende selber Ja genau, Richtung Baum Ne Achtung, wenn der reinge ist, die kommt Von rechts Drückt er weg Achtung, von rechts Kann sein Nur fällt jetzt eurer Panzer von uns zurück Sehr schön Keine Ahnung, oder? Gibt nach vorne ein paar Schuss, ich finde das nicht Der Spann ist so weit in der Reihe Oder auch nicht 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 Immer noch am Baum Immer noch am Baum Ich habe noch überlegt Ich habe noch überlegt Ich habe noch überlegt Lauf mich hin oder nicht Ist schon sowieso eine offene Situation da Und wenn der Ding in die Luft fliegt, bin ich geboren Na, was ist der einzigste Medic denn? Ja, der Spot ist im nächsten Angriff Nimmt er uns Der ganze Smoke ist Übel, ja man Nein Oh, hat sie zerfetzt Oh, dich hat's auch zerfegt Ich hab das gar nicht gesehen Nee, gar nicht Ich räum hier gut Leute ab Ich schläg mal wieder Trichternetz Mäßig Hallo Der Quar schlägt Alter, was ist das hier für ein Ei Boah, ich hab keine Muni mehr Misch hat's erwischt Braucht Munition Hat hier irgendjemand vielleicht? Kommt bei uns im Spot neben oben Kommt bei uns im Spot neben oben Wir sind leider Heistrecken Hier sind wir gerade auf dem Keine Munition Ich kann einfach Ticks machen Ich kann einfach Ticks machen Da ist ein Friendly Toll, ich kenn so viele hier, die kommen jetzt alle hier an Es ist egal Nein Okay, scheiße Wenn wir es heute erst durch die 10er, spich sie ab Ja, okay Dann müssen wir es heute Wow Jo Also wieder zurück Na, ist vorne Bäm Alle hier raus aus dem Chor, wenn da einer im MG drauf halten würde Ist wie bei Takeshi, jetzt sind sie stecken geblieben Jo, weiter Sie haben ihn abgeknallt Selber schuld, sorry Lauf durch Lauf durch Sonst wirst du erschossen Oh, B, bleib stehen Geil Ich kann nicht durch Ich kann nicht durch Er hat Guck Ja, man sah mal aus dem Zorn Ich glaube, er hat nicht Ne, hat er nicht Er hat es provoziert Redeployed Er kennt seine eigene Breite nicht, weißt du Der hat zu viel Latt drin Er war einfach stecken geblieben Das haben wir auch nicht Der muss schräg durch die Tür gehen Und dann direkt so schön energisch Mach mal an Schräg Und schräg passt er auch nicht durch Ich kann so viel Geil Jetzt ein Bombing-Run über die ganze Linie, die ich haben und mit S Ja Das wär doch was Aus 30 Grad Sag das am besten auch immer mit V den anderen Vielleicht ist ja einer dabei, der was drauf hat Ein paar Ampel-Lage, was Wenn es zum Sieg hilft Der Hauch des Zockens Ja, Mann Herhken Was für das ist ein Bombing-Range oder der 눌러f? Und jetzt gibt es ein Bombing-Range, muss ich nicht anschaue? Ich bin in der Hand Das ist ein Bombing-Range Ach, jetzt krieg ich auch noch nen Verband Na klar, extra die Delfinen verwendet, was du wieder aufgeteilt Wann gehst du unten dabei? Ja, Delfinen schon abgeben, brauche ich hier Es geht ab da, Fahrer Legt echt Legt den Cropper, Trailer Legt nach, 170 Stunden Ich doppel den Kram, Robert Ich überlege, ob ich nicht besser in so nen Ice rennen soll Boah Ich glaub, du sagst du, ne? Ein bisschen Eis Sieht so abgefahren aus Ja, wir bleiben gleich noch im Kram Ja, da hin Alter, er rennt voll durch mit'n Schuss Da wurde er zurück Okay Oh 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 ja Go Komm hier neben uns auf Nein Nein Einen haben sie erwischt Die waren schon wieder im Graben Hier vorne Einen hab ich Luno Luno, ich hole dich reißen Fleisch, aber noch bin ich unter Beschuss Pass auf, der Kram von rechts ist angekrabbelt Ja, den hast du aber erwischt Ja, den hast du aber erwischt Für den Feuerschutz, wir sind hinter uns direkt hier, hinter dem Übel Ja Die haben die Kram eingehört Die haben die Kram eingehört Die haben die Kram eingehört Bitte, ich guck mit dem Gehen nach vorne Ja Moment, ich guck jetzt noch mal wo der Schiess Du könntest mal zurückkommen Jonas und hier rechts Und hier so in der Kuh In die Richtung Züge Meinst du so? Ja, nur mal ganz kurz so Nicht, dass er Vielleicht einer angerannt macht Nee, der ist soweit Warte Was ist die Nebeln da hinten? Okay, machen wir noch näher ran Alter, die Smokey ist immer richtig scheiße Was ist die Frage? Nö, Bushy ist hier ein Sniper rein Weiß, ist auch noch alles soweit im Lot? Ja, neben dem üblichen Schleppenskrieg hier grad Ja, neben dem üblichen Schleppenskrieg Was ist das? Oh, ja Oh, joh Wicht Wicht Wicht